Das ist höher als unser Hochhaus, die Wolke. Nein, das muss ein Hochhaus sein. Da stehen keine Hochhäuser, glaube ich. Ich denke, das ist das Industriegelände da hinten. Auf dem Handy sieht man es gut, wie es immer so jetzt wieder, jetzt wieder, jetzt wieder. Und da, jetzt wieder, jetzt wieder. So, jetzt wieder. Untertitelung des ZDF, 2020